Ich darf auf Einladung von Gerhard Auer an meinen geliebten Bruno Kreisky erinnern und musikalisch seine Freundschaft, seine lebenslange Freundschaft zu Leonard Bernstein ein bisschen erklären. Leonard Bernstein, das passt vielleicht jetzt zum Beethoven, damit möchte ich musikalisch beginnen, hat Beethoven schon bei der West Side Story, die, wie gesagt, durch Marcel Brabe nach Wien gekommen ist, ein Denkmal gesetzt, nämlich eine bewusste Referenz. Der Schluss von West Side Story, und das ist ein Bless-Force, ist wortwörtlich der langsame Satz vom 5. Beethoven-Klebe-Konzert, also dem Emperor-Konzerto, und ich möchte nur die acht Takte spielen, wo diese Referenz in Takt 5 vorkommt. Und jetzt kommt der Sub-Grace-Fans. Musik 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 就到 Musik 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 Und dann kommt sowieso der heiligste Einsatz der Brille-Geschichte. Ich selbst bin ja ein Anhänger der Farbensymboliken und Tonartensymbolik. Also ich glaube, dass E-Dur sonnig und gelb ist, so wie wir heute einen sonnigen 30. April haben. Also E-Dur haben wir in... E-Dur haben wir in der siebten Prochners, einer hellsten Sinfonie. Man kann auch das Lied Morgen von Richard Strauss nehmen. Musik 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 Und dann kommen schon die Vögel, die wir zuerst gehört haben. Zurück zur Musik, zu Friedrich Gulda. Friedrich Gulda war auch ein Improvisator und hat einmal eine Improvisationsaufgabe gegeben, die sich im Wesentlichen an das Mozart-Klädchen seit Nummer 21 annähert. Musik Ich habe gesagt, man soll in diesem Stile improvisieren. Es ist bewusst im Stile von Mozart gehalten. Es hat auch meistens nur klassische Harmonien. Und Gulda hat gesagt, ich schreibe euch keine Ecknoten auf. Ihr müsst es improvisieren. Und das Stück dauert vier Minuten. Und ist hier im Kreisky Forum für Roman Gleisgret und Leonard Bernstein, der ja auch ein großer Improvisator war, übrigens einmal mit Friedrich Gulda improvisiert hat. Burnstein hat Gulda geschätzt. Gulda war etwas auch sperriger Charakter. Er hat dann nicht mehr oft darüber gesprochen, aber es spricht zumindest für die Offenheit von Leonard Bernstein, das gemacht sein. Und jetzt kommt die Aria von Gulda. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020